Oh, das ist ja verdammt kalt. Guten Abend. Guten Morgen. Es ist so kalt hier. Mach doch mal den Ofen an. Was denn? Oh nein, ich erfriere. Ich muss zur Schmiede. Hilfe. So helft mir doch. Jemand. Mein Leben ist scheiße. Ist das eine Schlange? Nein. Ist eindeutig ein Hund. Hallo. Das ist kein Hund. Hallo. Ich glaube, er schläft. Oder es schläft. Hallo. Ich bin Bumbart. Ich sag in der Taverne Bescheid. Oh, ja. Hallo. Hallo. Ich bin Bumbart. Ja. Ich bin Bumbart. Vor der Tür liegt eine Schlange. Sie zappelt noch. Ja. Vielleicht braucht es Alkohol. Ja. Vielleicht hat es zu viel Alkohol. Oh. Oh. Soll man ja auskontern. Hm. 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 Ich kenne nicht zu viel. Was machen wir? Ich bin Bumbart. Bergenfürst. Vielleicht braucht es Wärme. Macht den Lagerfeuer zufällig mit? Nein. Nein. Ich habe Hunger. Oh. Er hat Hunger. Wo möchtest du sitzen? Ab zu unserem Sandstisch. Der Vorhang hinter dir ist zu. Ja, und? Hm. Wo ist das alles wieder klein gebaut hier? Ach, guten Tag. Bumbart und Toni. Da ist die komische Schlange. Ja. Komische Schlange? Schlangenmensch. Ich bitte dich. Wir kennen uns doch. Du hast da draußen gelegen. Ja, es war schon wieder arschkalt. Wir haben dir ein Feuer hingestellt. Ja. Na, danke. Deswegen geht es mir auch direkt besser. Ja. Darf ich mich zu euch setzen? Nein. Ich bin euch zu sehen. Gut, ich setze hier. Tuni, ich habe dir doch versprochen, dir mein Gedicht vorzutragen. Bei der Eröffnung der Taverne. Ja. Und los. Na nun doch noch nicht. Ich muss mir erst mal etwas Mut antrinken. Ach so. Und Bumbart, wie geht es dir? Lange nicht gesehen. Gut. Ein Bier? Wow. Noch ein Bier. Danke. Ja. Zahlen? Davor oder später? Jetzt. Meter. So. Was kann ich ihm bringen, der Herr? Guten Abend. Habt ihr zufällig Mückenlarven? Nee, ein Sortiment. Nee. Hähnchen. Froschköpfe? Hähnchen. Das ist alles? Zurzeit Hähnchen. Ja, leider. Ich habe noch nicht mehr bekommen. Und Getränke? Bier. Ist das alles? Kein Wein? Oder einen grünen Tee? Bier. Bier. Wein. Bier. Haben sie gehört. Bier. Nun gut. Dann soll es ein Hähnchen und ein Bier sein. Okay. Bier. Vielen Dank. Bumbart. Ja. Vielen Dank. Ach, das sieht ja gut aus. Und das Essen wäre schön. Zwei Kupfer, bitte. Hunger. Ah, das riecht sehr gut. Zwei Kupfer. Das ist ja auch günstig. Bitte sehr. Und das ist für Sie. Oh. Vielen Dank. Für den schnellen Service. Ja. Lecker. Lecker. Ja. Können wir das nächste Essen haben. Ja. Kleinen Moment. Ja. Essen. Bier. Bier. Und ein Bier? Ja. Für beide? Ja. Ja. Okay, den Pott brauche ich auch mal wieder zurück. Habt ihr bereits ausgetrunken? Ich setze mich jetzt zu euch, ob ihr wollt oder nicht. Nein. Okay. Was macht denn das Bier da? Ach, schön euch wieder zu sehen. Ich war ja so lange fort. Ja. Wie war die Reise? Nun, sie war beschwerlich, aber lehrreich, würde ich sagen. Und wie geht es euch? Was hast du gelernt? Oh, ich habe so vieles gelernt. Ich habe gelernt, mein Bier zu teilen. Ah. Nun, ich habe gelernt. Das war mein Bier. Ich weiß, ich habe es doch nur entgegengenommen. Das kannst du nicht teilen. Gut. Gut, dann nicht. Immer ist die Küche. Ja. Nervt mich langsam, du. Es geht nicht mehr so weiter. Ich kann nicht mehr. Er baut doch um, wenn es euch zu stressig ist. Ach, alles super. Die Küche ist oben. Ich verstehe es noch nicht. So, einmal das Essen. Ach, es riecht vorköstlich. Bitte schön. Gut. Ja. Wo sind denn die anderen Gäste? Ich dachte, es ist heute große Eröffnung. Ich frage mich auch. Aber es ist halb so wild. Ich muss nicht so viel rennen. Vielleicht doch etwas früh. Ja. Ist doch auch schön. Es ist doch herrlich. Herrlich. Ich hatte gehofft, ein größeres Publikum für meine Gedichte zu gewinnen, aber... Hieß vor. Ach, jetzt doch noch. Ich habe noch nicht mal mein erstes Bier. Ich dachte, wir stoßen an. Ach so. Ja, Prost. Oh, das ist aber starkes Bier. Das ist Hopfen. Ach, den hat mein Krug gesehen? Ja. Ja. Zwischen Leber und Nierchen passt immer ein Bierchen. So. War so ein schöner Spruch. Ach, den muss ich mir direkt aufschreiben. Direkt aufschreiben. Bier. Mua, Bier. Zwischen Leber und Nierchen hast du immer ein Bierchen umbart. Habe ich direkt aufgeschrieben. Ja. Wollen Sie noch eine Runde? Ja. Ja. Was haben Sie da jetzt gemacht? Das ist gerade abgefallen. Ich habe es gefangen. Jetzt auch wieder ranbauen. Ich weiß nicht, wie. Flescht. Nun sehe ich aus wie eine Dienstwahl. Jetzt ist eine Falte da drin. Mach die Falte da raus. Ich finde, da hängt es gut. Dreimal Bier? Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ja. Ich könnte auch ein Whisky haben. Bier. Bier. Ist es ein vorzüglicher Whisky oder ein relativ, ist es ein durch Schmutz gefilterter Whisky? Bumbacke, nimm dich doch. Du bist hier nicht alleine. Ein relativ guter? Gut greift. So sei es. Ich nehme ihn. Ach, klasse. Und nochmal zwei Bier nur. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und was kostet der? Vier Kupfer. Vier? Ich dachte, heute ist alles ein Kupfer. Nee. Gut, kann ich mir nicht leisten. Essen. Ein. Wie? Ich habe nur noch drei Kupfer dabei. Oh, machen wir auch für drei. Ach so. Nun. Dann ist es aber, ja, dann muss ich gleich nochmal nach Haus gehen. Ich mach mich morgen auf. Mach auf. Ja. Ach ja. Schön, euch wiederzusehen. Ich muss sagen. Also, Toni, deine Haut. War sie schon immer so blass? Ja. Nun, ich verstehe. Wieso? Was ist das mit meiner Haut? Sie wirkt so blass. Bier ist verteilt. Vielen Dank, Daniel. Wo ist mein Bier? Ich glaube, Toni hat alle Biere genommen. Bier. Ich kriege noch von ihr dann viel Kupfer. Nein. Oder hatten sie schon bezahlt? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Wir hatten schon bezahlt. Jetzt. Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Nein. Mein Bier. Warum nehmt ihr euch nicht etwas und setzt euch zu uns? Ich muss die Küche noch aufräumen. So, so. Ist kein Platz mehr neben mir. Oh, da ist noch für anderthalb Wesen Platz. Nein. Da steht jetzt gleich mein Bier. Ich verstehe. Bumbart. Er sagt, ich bin blass. Blass? Deine Haut ist etwas... Nun... Weißlich. Was bedeutet das? Dass ihr vielleicht lange nicht mehr bei Tage wart? Das ist doch gut. Nun, das wollte... Ich wollte nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich sagte nur, ihr seht etwas blass aus. Und ihr seht etwas blau aus. Oh, danke. Müsste der Whisky sein. Das könnte sein, ja. Als ich meine Reise begann, da war ich ja noch in einem leichten Braunton. Ja. Hässlich wie immer. Das ist bombart du nun wieder. Ach ja. 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 Wer macht das Bier? Wer macht das Bier? Wie viel Bier? Oder wer macht das Bier? Wer macht das Bier? Ich mach das Bier. Wo macht das Bier? Wo macht das Bier? Darf ich nicht drauf eingehen? Aber... Ist das ein Betriebsgeheimnis? Ja, korrekt. Ist das ein Geheimnis, wo das Bier gebraut wird? Ja. Oh, wie spannend. Das muss ich gleich niederschreiben. Wieso? Wieso schreibst du das auf? Ach, ihr meint mich. Nun, ist das nicht spannend? Eine Taverne mit gutem Bier. Doch ist das ein Geheimnis, wo es gebraut wird? Wird es vielleicht illegal eingekauft? Unverzollter Herrgeschäft? In dem Vorgarten gebraut? Es könnte alles sein. Es könnte alles sein. Ist das nicht spannend? Die Taverne hat eine Braustation bestellt. Äh, nicht die Taverne. Die Farm. Ach ja? Ja. Oh, dann wird es sicherlich auf der Farm passiert sein. Ja. Aber die haben die Braustation noch gar nicht. Oh. Bier der Taverne wird an einem geheimen Ort gebraut. Zwinker. Oh, mir wird kalt schon wieder. Oh, habt ihr wirklich keinen Kamin hier? Keinen Kamin zurzeit und kein Holz. Oh, schrecklich. Schrecklich. Und wie ist da ein? Ich war zurzeit auch noch auf den Architekten für die Toiletten. Äh. Ja. Oh, ich muss mal einen Tee trinken. Vielleicht sollten wir das Fenster zumachen. Ja. Mach das Fenster zu. Oh, nicht, dass ich gleich wieder die ganze Nacht dort vorne liege. Oh nein. Oh, das ist mal. Hast du keine Kleidung? Doch, habe ich, aber es ist doch alles zu kalt. Oben, erstes Zimmer, sonst ein Bett, wenn sie sich so lange hinschlafen möchten. Oh, vielleicht wäre das gar nicht so trocken. Ähm, nur ich bin gleich wieder beich, meine Freunde. Ja. Hast du das Bier hier? Ja, müssen Sie so lang? Soll ich Ihnen helfen? Wir hatten einen Whisky. Ich habe einen Whisky hier oben. Es tropft schon aus meiner Nase. Oh, hier lang? Ich denke ein Bier und Wein. Ich habe das Gefühl, wir brechen lang. Oh, hier ist alles schwer so niedrig. Erzähl mal eins, soll es sein. Ja, eins, eins, eins. Ich denke mich zu, ja? Ja, ja, ich glaube, das kriegen Sie hin. Oh nein. Oh doch, nein. Oh, nee, es ist viel zu kalt hier oben. Danke, danke, danke. Viel zu kalt. Viel zu kalt. Hm. Ich brauche einen Kamin. Ich merke es gerade. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich meine, nicht alle Wesen sind warmblütig geboren und dementsprechend, ja, sobald die Sonne weg ist, habe ich ein Problem. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Mir wird es schon ganz schwummrig. Wir haben hier oben ein kleines Problem. Also, es wird jetzt schwierig. Ah, Sie legen sich jetzt hier hin und warten bis morgen früh. Ja. Dann wecken wir Sie auf und dann müssen wir versuchen, irgendwo einen Kamin herzubekommen, damit Sie wieder trinken und essen können bei uns. Okay, ich lege mich hin. Guten Morgen, Entschuldige. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ausgeschlafen. Vielen Dank. Guten Tag. Kein Problem. Oh, da hörst du den Lauf. Um Bad. Ja. Oh, ist das frisch. Ach. Könnten Sie mich das wieder nochmal wiederholen? Herr Anduin und seine Tochter. Da sitzt jemand. Mein Name ist Albion. Was zu trinken dazu? Ach so. Schön, euch wiederzusehen. Ihr wart der Holzfäller, richtig? Genau. Ich will das Gedicht hören. Nun, nun lasst mich doch erstmal meinen Whisky genießen. Ja, ohne Geld kommt man hier nicht weit. Prost. 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 Ja, ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ach, schön. Schön, schön. Das gefällt mir. Wo ist der hin? Hier ist keiner. Hm. Ah. Wo ist der hin? Der ist gerade abgehauen. Wer ist wohin? Der andere Herr, der holt gerade Geld. Ah. Wer sucht ihr? Schönes Bild. Ja. Schönes Bild. Schönes Bild. Oben war jemand. Das ging jetzt aber ganz schön schnell. Oh, bin reingehauen, ja? Ja, ging auch ganz schön gut rein. Ich hab doch ganz knapp gebraucht. Wollte ich gerade sagen, es geht auch schneller. Oh. Oh, da ist ne Bank. So. Bumbart, komm her. So kann ich euch viel besser sehen. Nein. Ach, Bumbart. Nun stell dich nicht so an. Ja. Na komm, ich heb dich hoch. Sehr gut. Danke. Papa, willst du wieder Plätze tauschen? Ich will Bier. Nee, ich kann auch nicht sitzen bleiben. Zweimal. Moment. Nun, ich würde auch gerne noch erzählen, aber ich habe kein Geld mehr dabei. Ich müsste erst Geld holen. Ich nehme gleich fünf. Ich trinke bald Truni mit. Nein. Ach, Truni, dafür bekommst du doch mein Gedicht zu hören. Hol dir ein eigenes Bier. Ach, ein neuer Gast. Guten Abend. Fünf Bier. Vielen Dank, Bumbart. Ja. Einer dieser bösen Männer. Was? Das war ich. Ich nehme auch eins. Ach, danke Truni. Dann, ne? Ja. Zeigen Sie das denn? Ach so. Ja. Ach du Scheiße. Ich glaube, er ist nicht so griffig. Er will ein Bier. Er will auch ein Bier. Vielleicht sind ihm die Preise zu hoch. Wahrscheinlich. Das kann ich aber nicht verstehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, ich mein Bier. Bumbart nimmt auch fünf Bier. Bier. Eins, zwei, drei, vier, vier. Das ist so geil. Hier, Bumbart. Ja. Da muss ich hier noch gern was sein. Möchtest du noch was essen, Paulino? Prost. Dann nicht. Vielen Dank. Bumbart. Auf einen tollen Abend. Wir hauen jetzt rein. Wir hauen rein. Oh ja. Das ist ein Spektakel. Schaut es euch an. Mit die Zwerge loslegen. Pauline nimmt dir da kein Beispiel. Ach, Truni, ist alles in Ordnung? Ja. Bumbart? Oh ja. Oh nein. Da wird wieder die Zeche gebrellt. Hört auf. Das ist ja wohl ungeheuerlich. Verschwinden. Aber es ist doch kein Kneipenabend ohne eine gebürtige Kneipenschlägerei. Pflögerei. Pflögerei. Wo seid ihr? Aua. Pflögerei. Bumbart. Bumbart, leg lieber deinen Hammer weg. Du bist nicht sehr nüchtern. Pflögerei. Pflögerei. Aua. Oh mein Gott. Das hat sehr, sehr wehgetan. Ich muss noch was abholen. Ein Bier, ein Kupfer. Ja, diese Preise wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Ja. Das ist so korrekt. Oh. Wie viel kostet dann ein Bier? Das muss ich nochmal durchrechnen, genau. Aber auf jeden Fall halt kein Einkupfer mehr. Ja. Dann gibt es das Zwergen-Abo. Ja. Bumbart, hast du gehört? Ja. Vielleicht zehn Goldmünzen die Woche und dann eine Bier-Flatrate. Oh, das muss ich sofort aufschreiben. Möchtest du einmal probieren, Pauline? Wieso schreibst du das auf? Das ist kein Gedicht. Wie bitte? Ich treibe doch alles nie. Das weißt du doch. Also, sie bitte kein Kind darf das Bierchen geben. Das wird hier nicht gemacht. Das wird hier nicht geduldet. Am 16. Juli. Darf man wohl einmal probieren. Nein, das müssen sie außerhalb der Taverne machen. Aber nicht hier drin. Ich darf das nicht sehen. Das ist gegen meine Bestimmung. Dann gib her, Pauline. Ich weiß, es steht ja auch hier in meinem Buch. Ich kann mich auch umdrehen und dann haben wir nichts gesehen. Aber machen sie das nicht nochmal. Mein Test. Was ist geschehen? Alles supi. Sie müssen noch bezahlen. Haben wir. Bumbart, willst du fünf Bier? Papa, jetzt nimm ich doch. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Wow. Das Geschäft entläuft. Ja, das glaube ich auch. Also, ich hätte gern ansatzweise so viel Geld wie ihr, Truni. Ich habe für den König geschmiedet. Ah, die... Ein ganzes Tor. Ich wollte gerade sagen, das Tor, richtig? Ja. Aber das muss ja Nächte gedauert haben. Bumbart, dein Bier. Erinnere mich bitte an. Und los. Hochs, meine Lieben. Komm in den Nacken. Oh. Mir ist schlecht. Oh, jetzt schon, Truni? Oh, Mensch. Da, also... Vielleicht seid ihr krank. Die blasse Haut. Wo ist sie? Ja, das ist die Nebenwirkung vom Hopfen. Oh, das ist in Ordnung. Nun, dann werde ich mal die Glocke läuten. Es ist Zeit für Poesie. Ach so. Zwei Bierkrüge habe ich noch. Oh, vielen Dank. Nun sind alle bereit. Truni. Truni, wo bist du nur? Sie wollte es unbedingt hören. Das Gedicht fängt an... Ja. Ich hätte gern fünf Bier, bitte. Äh. Kleinen Moment, bevor sie anfangen. Also wirklich, Truni. Bumbart, willst du fünf Bier? Fünf Bier. Zehn Bier? Zehn Bier. Schade, dass es noch keine Säfte gibt. Bier. Ja. Da. Nun, kann es beginnen? Ja. Alles klar. Für die, die mich noch nicht kennen sollten, was ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit darstellt. Mein Name ist Grisad Graf. Nicht wahr? Sie haben sicherlich schon das ein oder andere Buch gelesen, welches ich mal schrieb. Ich bin reisender Künstler, Poet, aber auch Krieger. Nun, und ich war jetzt eine Woche auf Reisen. Ich bin wiedergekehrt, um euch von meinen Reisen zu berichten, in Form eines Gedichtes. Es beginnt. In den Schatten des Dschungels, ich schleich. Ein Reptiloid, stark und weich zugleich, mit Schuppenhaut und Augenscharf, durch fremde Länder, fern und bach. Ich wanderte durch die Nacht so still, durch Berge, Täler, wohin ich will, kalt gewohnt, meine Krallen graben tief im Sand, auf meiner Reise durch dieses ferne Land. Im Schein des Mondes, so silber und klar, blicke ich zurück auf das, was war. Die Schlacht geschlagen, der Sieg errungen, Lieder gesungen und Herzen bezwungen. Durch dunkle Wälder und Nebelschleier schreite ich weiter, immer heiter. Mein Herz schlägt wild, mein Atem schwer, doch nichts kann mich aufhalten, niemals mehr. Was ist dein Abgang? Papa, warum redet ihr denn so komisch? 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 Bis zum nächsten Mal.